Was ist los, Ivan? Da werden wir schon so ein Doom Invader. Ja. Ach, das ist Doom... Doom Fail. Aber weh, ich muss meinen E-Skillen. Ivan, ne? Keinen E-Skill würde ich jetzt nutzen. Scheiße, warum hab ich Q geskillt? Ich bin auch doof. Am besten hookst einfach keinen. Hey, du übst gut auf Quinn, ehrlich. Ja, ich hätte E-Skillen, dann Fail. Oh, 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 oh! Oh! Was war das für ein Lag? Ich hab auch ein brutales Lag gehabt gerade. Ich auch, ich konnte meinen E-Skillen. Das ist GG, Alter. Mindestens ein Flash raus. Ja, aber ich hab auch geflasht. What the fuck? Voll merkwürdig sah das aus, ne? Der stand auf einer Stelle und dann war er auf einmal weg. Ja, dann waren wir weg. Wollen wir den hier smiten? Alter, was ist hier los, Johan? Ja. Willst du den nicht smiten? Oder hier auf Parry, wollen wir den auch die klauen? Mach doch einfach um die. Wo willst du jetzt irgendwann? Ich fange von du an und dann gehe ich zum Gegner. Ja, können wir versuchen, Ivan, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Oder wenn einer kommt... Hast du jetzt den E geskillt? Ich hab noch gar nichts mehr. Ich hab meinen Kuh geskillt. Ja. Oder der fängt einfach mal beim Red an. Alter, das ist lag. Sneaky. Sneaky. Der hat da gewahr... Die Jena hat hier einen Ward, ne? Das die... Oh. Das wird nichts. Lass die ihr Sneaky erwischen. Der ist... Ja, geht drauf auf den. Ich hab kein E, ne? Ja. Ah, Ivan, ich verpasste hier zu viele Minutes. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Oh Gott. Sorry. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Q geskillt hab, ey. What the hell? Oh. Leckt aber auch komisch, ey. Ja, total. Luba bist du alles, ne? Los, ey. Run. Ja. Du sagst Bescheid. Ich würd's sagen, Level 1 sind wir nicht unbedingt stronger. Einfach gar nix, das ist einfach hier Leggy auf Doom, das wäre los. Bin ich aber... Oh ja. Sein ist Gold. Rufst auf Doom. Mal gucken, ob er den Blue-Waff gemacht hat. Jetzt wird er auf der... Ey, das ist total komisch manchmal. Manchmal hab ich gar keine Legs. Oh, nice. 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 GG, best supporter EU-West. Ohne Scheiß, Alter. Was ist das denn? Das hab ich ja noch nie gesehen, sowas. Ey, ohne Scheiß, Mann, ganz ehrlich. So ein Move hab ich ganz ehrlich noch nie von Maxim gesehen. Noch nie. Und das vor allen Dingen als Leg. Alter. GG, Mann. Komm ran, Junge. Geht doch. Niki. Niki Krann. Aber Maxim spielt auch relativ selten. What the hell? Frash. Die wär ein Free-Kill gewesen. Hey, Alter, voll der Monster-Lag. Ey. Ey, ich kann die Terrence überhaupt nicht bewegen. Weil das ist ein Healer. Das sieht top aus. Kann ich mal hochkommen? Da will ich was. Also, so wie es aussieht, bleibt die überwindig. Weil die geht... Oh, ja. Bin gleich da. Ich bin gleich da. Warten ist raus. Good game, Eric. Er hat aber gesehen, dass ich da bin. Ja, ich muss auch sagen, der Burst von Quinn am Anfang ist einfach übelst OP. Ey, du machst echt einmal dieses Mark drauf, löst du aus, machst eh, hast nochmal einen Mark, löst wieder aus und macht einfach mega den Damage. Macht einfach jetzt schon 60 Bonus-Damage. Einfach pretty much OP. Yo. Extremely. Ey, das Flay hat nicht funktioniert. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ne. Das Flay hat einfach nicht funktioniert. Soll ich mal reingehen? Ist das dumm, oder was? Kriegst du doch noch, oder? Einer hat der Zeit. Ja. Warte, ja. Machen wir mit denen, Peric. Keine Ahnung, die platzen weg wie so alte Erbsen. Einfach nur GG. Guckst du auf Doom, ich hab doch gesagt, ich bin Pro-Thrash, Alter, Pro. Ja, aber das war auch ein Move, Alter, von dem Draven. Bei dem vorher hab ich das Flay nicht erwischt, Alter, ich weiß nicht wieso. Geil wär noch, wenn du die Laterne benutzt hättest du im Escape noch. Ja, ja, ich weiß. Aber die war auch ein bisschen weiter hinten, du warst schon fast raus. Dein Passive. Kann mir so ein E übelst. Oh Gott. Der kommt einfach auf der Lane und ist einfach instant pulverisiert, ey. Ja, du sagst doch mal, wenn die Crew reingebracht kam. GG. Machst du mir, ey, die Scrave nicht hoch. Wir haben kein Leben mehr. Der Draven, ey, ist episch. Warte mal, ist sie gewonnen? Ja, warte. Resets. Arschloch-Style. Wow. Ja, ohne Scheiß, du könntest doch hundertprozentig auch voll gut Blitzcrank spielen. Ja, hab ich letztens auch mal gespielt, ist auch nicht schlecht. Aber ich find Thrash einfach wegen der Utility noch ein bisschen geiler. So, wir mal was versuchen. Ja, warte, ich brauch irgendwie ein... Achso, du bist ja Dings, okay. Warte mal, ich gucke die. Haha. Oh, ich hab Ulti. Warte her. GG. Outplayed. Holy fuck, ey. Alter, war schon sehr tricky da rein zu gehen von mir. Ja, ich hab mein Flay jetzt spät erst getroffen, Alter. So von mir und Fail early. Wir hätten Draven schon lange töten müssen. Fehlen noch die Caminole Minion, das ich jetzt noch sehe. Good game. Du hast keine Ulti mehr. Ja, hab ich auch, deswegen. Ich bin jetzt einfach tanky wie ein Boss. Was ist eigentlich mit Cron? Was macht der eigentlich? Hat die einen Ward noch? Ich bin hier am rumschillen. Läuft auf euch. Komm mal rein, also... Hast du eine Passive noch? Geh rein jetzt. Eine Minute nach Passive. Ja, wir haben es in der richtige Zeitpunkt trotzdem rein zu gehen. Einfach durchgedreht, ne? Einfach ausgerastet. Ey, war voll. Oh yeah! Ah, schade. Ich finde doch, die E´s, diesen Ranspringen von Quinn so geil. Geil, Level 6. Ich brauch Level 6, Alter. Ich muss unbedingt danken. Ich hab's überlegt, das zu skillen, aber... Hey, warum bin ich nicht mehr heraufgekommen auf die Laterne? What the hell? Irgendwer noch drauf gehämmert. Irgendwer abdacht müsste da sein. Sollen wir gucken, Ian? Ich glaub, der ist... Ich glaub, der ist egal. Auch gewartet, what the fuck. Ich geh mal gucken. Die ist Level 3, Johanna. Sie kommt runter, sie kommt runter. Pass auf. Irgendwer euch. Au, fuck. Das wär episch gewesen. Wär aus des Guten zu viel gewesen. Oh, was ist mit ihr? Das ist das Weih. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, Ivan. Ich krieg sie. Irgendwer. Lass mir auch noch was übrig. Ivan, lass mir was übrig, bitte. Du bleibst hier, Junge. Wer dunked? What the fuck? Janna, alter, dunked. Hättest du einfach nur Janna dunken müssen? Bruder, du gehst vor mich. Ich kann mich nicht mehr ran an Janna. Aber ich hab auch keine cooldowns jetzt, also... In 3 Sekunden hab ich dran ziehen. Hast du eine Laterne für mich? Ja, Bruder. Oh, fuck. Soraka ist zwar da, aber... Tänke noch. Töte die einen. Double blown! Double buff down! Double buff down! Double buff down! Nein! Oh, fuck. Warum... Oriana kommt bot, Oriana kommt bot. Ja, die Campe töten nicht auf Ulti. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte auch nicht sterben. Was? Ja, weil er zu viel Idol-Time hatte. Der Base-Ticket. Aber der... Kev hat das aber auch extrem eingestellt, ne? Sobald du 10 Minuten nix mehr sagst, alter, wirst du direkt vorm Server gekickt. Richtig krass, Mann. So, zur Zeit wieder für Mega-Plays-Parrick. On my way. Oh, ich kann bleiben. Nimm mir mal den Red, ja? Kron? Ja. Nimm mir den Red, hallo? Ja. Du bist Scumbag, ey. Level 6. Das ist der zweite Red. Level 6 bist du... Perry komm, wir ganken mit. Was ist denn das für ein Leck? Du stehst bei mir... Hä? Perry komm. Hä? Ich seh da gar nichts. Scumbag. Run. Hallo, ist der zweite Red. Du bist ein Scumbag. Wo ist'n wir jetzt? Ja. Wir machen jetzt Sneaky Invades überall. Gang auf Doom. Oh. Oh, Janna. Oh, ey lol, du beamst dich hier... What the fuck, ey. Janna, ich komme. Schneid ihr den Weg ab. Komm von der anderen Seite. Schneid ihr den Kopf ab? Oder schneid ihr den Kopf ab? Nee, geh geh geh. Alter Schwede. Geh, oben rum. Geh, oben rum. Kriegst du hier noch mit Ulti, oder? Hast du Ulti? Ja. Ah fuck. Ah fuck. Ah fuck. Nein, hab ich nicht. Sie bricht ab. Top ist ein Ward. Hm. Da fängt noch hin. Ja. Soraka ist das GG, oder was? Oh, ich hab für schon wieder permanent 100er Ping. Look of Doom. Kann man eigentlich in dem Game einen Abend spielen, ohne dass er das Game laggt? Oh nein. Glaube ich nicht possible, oder? Gang bang, top. Pesser, verpesser. Ich hab keine Ulti mehr. Ey, ohne Scheiß, man. Das ist so laggy. Ey, er kriegst du nen Lachkrampf, man. Fidi. Everyone lag, ey. Ich fiel ein bisschen. War ja irgendwie klar gegen Riven. Riven ist einfach scheiße mit Zack. Aber ich hab schon öfters eigentlich gegen Zack, äh mit Zack gegen Riven gewonnen. Ja, aber gegen Noobs wahrscheinlich dann. Normalerweise jemand, der Riven spielen kann, verliert nicht gegen Zack. Äh, ich hab auch immer Kraft. Wenn du gegen schlechte Riven gewinnst du ja. Ja, aber der gewinnst du mit jedem Counterheld gegen Scheißhelden. Oder gegen Scheißleute. Alter, lag auf Doom, Alter. Ganz normal. Ey, GG, Mann. Ey, ich kann überhaupt nichts machen, weil ich einfach mal... Ja, wir wissen's doch nun. Wir haben denselben Deck. Alter, was ist mit dem Damage? So, das ist mit dem Damage? Ja, war Execute. Ja, das wäre... Ist das ein Execute? Oh, Riven. Oh, Riven. Kann ich, ich kann ja nicht helfen. Aber du bist tot, oder was? Achtung, Riven könnte kommen. Achtung, Riven könnte kommen. Der war echt cool. Ich mein jetzt eigentlich gerade Kron, weil die war ja schon... Ah, fuck! Kron! 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 Komme! Mechanics! Oh, ne, keine Mechanics. Flash gebildet. Hat sie geflasht? Blue-Buff ist ab. Ey, ich kann den überhaupt nichts machen, weil ich immer Angst haben musste, der ruckelt. Jetzt gewartet, okay. Ja, nix mit dem. Er ist fast tot, ein bisschen. Dabei gibt's Triple-Kill. Ich hab gleich Laternen, denk ich. 50. Kannst du's noch? GG. Outplayed, bitches. Really? Ich dachte gerade, er würde sich halt nur gönnen, aber... Ich dachte, er macht nur Ulti. Wo hat der den Ulti gemacht? Vorhin, am Tower, wo wir gedivet haben. Achso. Perfect Score, by the way! Ja, für mich nicht. Der eine Dive unten, der hat mir Genick gebrochen. Also FPS-Drops hab ich gar nicht irgendwie. Da ist wirklich alles normal. Ich hab auch einen normalen Ping eigentlich noch. Ja, Thras-Drops hab ich auch nicht. 100 geht eigentlich noch. Ist jetzt auch nicht so super, der Ping, aber... Wir haben ja gerade mal Minute 14. Learning? Thrash! Lustig auch, dass einfach die Orianna gegen Soraka voll die Probleme hat. Oh, boah, das ist down von mir. Ich glaube, es ist einfach nur lags überhört. Ja, aber... Die Heels, die Heels! Schau mal die Heels an! Das ist GG! Begegen. Double buff und arm. Das ist doch ziemlich GG. Oh, jetzt kommen die Sneak in die Mitte rein. Double kill? I'm smelling double kill. Hier ist Mitte, ja? Ich kann mal in die Mitte. Lass mir auch noch was übrig. Oh, 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 oh! Good game. Oh nein, Alter. Jail is on Doom. Oh, was macht das denn bei dir? Jail macht Jail is on Doom. Oh. Riven kann. SS Riven. Riven kommt. Riven kommt. Weck der Fall. Ja, danke! Fuck. Hm. Riven. Riven kommt. Oh, GG. Oha! Oh, was ist los? Dieser kleine Penislecker. Das ist so sinnlos, oder? Das ist einfach noch unfair. Das ist einfach der unfairste Zauber im ganzen Spiel, Mann. Ernsthaft. Du stehst einfach irgendwo hinten rum und drückst einfach eine Taste. Und ich brauch nur rechts klicken, ne, das war's. Die hätten mich hundertprozentig hätte der mich gekillt. Ich weiß mal, als Quinn rauskam. Mit Quinn habe ich doch bis Platin gespielt überhaupt erst. Nur Quinn gespielt fast. Die difen dich wieder. Die difen dich wieder. Ah, GG. Ich bin passive noch, ich bin auf dem Weg. Boah, da kommst du einfach mit drei Mann. Diese Runde. Ich bin da. Ich bin da. Verdammt. Ich hab in 10 Sekunden Ulti. Ich hab in 10 Sekunden Ulti. Ich komm auch gleich. Ja, ich bin auch mal da. Sein Plop smilten. Komm jetzt gleich. Danke sie. Du bist, du bist tot. Bin ich tot. Get dunked! Noooo! GG. Das war alles berechnet von Krunt. Ganz klar. Ja, natürlich. Ich bin drüber geflasht über einen Autotag. Dann bin Calculated. Mir in Texas. Hey, mir in Texas dachten wir Jungle nehmen. Was? Nein. Das ist eine Lüge, Krunt hier aufzulügen. Das ist der Wahrheit. Ist das deine Wahrheit? Warum ist ein Redpuff ab? Noo! Ach, er healt einmal. Sehr cool. Du willst ein Redpuff? Oder willst du die killen? Hm. Könnten die killen, theoretisch. Ah, ich hab den Tod. Komm mal raus! Wenn ich jetzt hochfahre, kann ich den Blue machen? Ja, ich hab ihn. Er macht das schon. Ich hab ihn, ja, ich hab ihn angenehm. Ich hab ihn, ja. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Die Spiele aber auch echt sehr merkwürdig, das kann ja mal einfach mal sagen. Nein, die sind nicht. Unsere eh los. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ich mein, da sind auch Platin-Spieler. Alter, was ist das für ein Lag? Was ist das für ein Lag? War das nicht so? Aber ich mein schon, drei Platin-Spieler sind da drin. Dein Team hat die Zeit verletzt. Der Soraka-Typ, ne? Der hat einfach 5.500 Rating mit dem Soraka. Ne, mit der Soraka. 150 Games hat der gemacht im Ranked. Komm, dann der erste, wenn ich weggehen, da Riven kommt. GG, ne? Ja, genau. Ich mach jetzt mal den Blue. Ach, Rivens war. Du musst lass uns snacken. Wir gönnen hier die Riven. Hab keine Pässe. Boah, der Silence, Alter. GG, Mann. Der dunkt. Der ulti. F***. Dunking Darius. Darius bekommt ja sogar einen Dunk Master-Skin. Ja, lass uns dann schnell den Brang machen. Dann rein und rein. Können wir uns denn mal schnell gönnen? Damages. Der Hulk. Der Hulk. Der Hulk. Der Hulk. Oh, Der Hulk. Der Hulk, den Hulkss. Wenn jemand irgendwie ein Seminar besuchen würde wie man fresh spielt, könnt ihr gerne bei mir buchen. Hahahaha